Es ist Ramadan, eine Fastenzeit, und wie sehr so scheint, am Tag die Gerechtigkeit für uns Muslime. Wir beten für den Herrscher Allahs. Wir beten, wir fasten, wir segnen für Allah, für Allah, für unser Leben, für unser Segen. Du kannst es mir anhören, du kannst es auch so verstehen und mir anschauen. Ich gebe dir dem Versprechen, dass es der Dien ist, der richtige Weg ist, dass es die Fastenzeit ist. Es ist Ramadan, es ist einfach Ramadan und ich kann noch mal fasten und meinen Segen abgeben, auch lösen, den Koran. Wieder als Türen. Es gibt ein Standort namens dein Herz. Ob es bei dir so aussieht, dann bist du ganz verkehrt. Denn du bist nicht mal da, wieso auch nicht in der Fastenzeit? Nee, ich möchte dich nicht sehen in der schlechten Zeit. Du bist ein Mensch, wie gesagt Mensch ist Mensch. Ob es bei dir auch so denkt, aber du bist ein guter Mensch. Halt dich mal fest, du musst fast noch können, fast noch können, fast noch können, ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Vielen Dank.